Der vorige Part, 31 Minuten lang, war einfach stumm, weil ich nicht darauf geachtet habe, meine... also einzustellen, dass mein Mikro... mein Mikro war auf stumm eingestellt. Deswegen hat man 31 Minuten lang nichts von mir gehört. Und ja, den Part werde ich einfach stumm hochladen, weil wenn ich den jetzt schneiden würde, weil da jetzt irgendwie 10 Minuten... äh, 10 Minuten stumm sind, dann auf einmal werde ich einfach reden. Das war irgendwie stumpf und... nein. Ich lasse eigentlich laut einfach den Part hoch. Tut mir leid, jetzt schon mal. Ach ja. Raritäten. So Raritäten. Nein, wie bin ich das jetzt gemacht? Freies Erkunden? Ja. Hier muss ja irgendwann ein Fehler in der Matrix sein. Ich hab den Aufdruck ja schon bekommen. Ach ja, kann ich den gleich noch eintun. Ach ja, Heroes hat ein neues Level bekommen. Er ist jetzt auf... steht da? Keine Ahnung, was für das Zeichen das ist. Hat jetzt Attack abgewählt bekommen. Ich muss nur kurz schwertbeben. So. Hier hab ich das nicht... Okay, warte mal. Okay, jetzt ist das Mikro an. Mal angucken. Und seht euch mal die Fähigkeit... Also... Das Schwert... Ist heftig. Von Attacke her... Und allgemein. Und er will Chip bekommen. Und er will Chip bekommen. Komm. Und er will Chip bekommen. Ja, Feuer! Oder natürlich Kinder danach. Okay. ich glaube ich weiß wo der fehler ist jetzt gerade die überlege wenn das noch einfach sind und das einfachste sinnvollste auch hier hat mich schon gedacht das ist das kommst du wieso er wird deine stufe um eins ach so fehler gemacht man das hier ist es auch 25 jetzt habe ich eine euro geht doch die nolchips habe ich zwei fehlt mir noch eins ja kann ich das hier machen dem sie sich betreten ja schon vor 20 ja okay ich habe doch bisher alles geholt wenn ich jetzt überlege eben in 150 sekunden das schaffe ich wenn jetzt keine missgestalten von gegner kommen die gegner sind hier denn ach jetzt weiß ich wieder warum ich dieses abpack level hasse ja leute okay wo sind die ganzen gegner die ich jetzt finden soll muss eine andere seite sein eine zeit drin das ist nicht der ausgang ist da irgendwo da bist du jetzt bin ich draußen habt die ebene geschafft bei abschlusskommandos abschlusskommando 80 sekunden ich weiß gar nicht ob das schaffe kann es ja versuchen ich habe es geschafft ich habe es viel schwieriger vorgestellt aber naja mit einfach mal glück ich hoffe wirklich dass ich meine stimme aufnimmt wenn ich dass sie noch ein sturm verpaart egal wenigstens hat man diesen part auch was gesehen es war trauriger wenn man da nichts gesehen hätte dann hätte ich das eigentlich komplett nochmal aufnehmen müssen und diesen part nehme ich jetzt nicht normal auf ein trank okay okay jetzt muss ich aber auf die andere seite spiel und ich muss nicht aber ich gehe einfach wegen der kiste da vorne scheiße auf die kiste ich will einfach hier raus aber gegner töten ist immer wichtig wegen den erfahrungspunkten und andererseits nimmer schlüsselschwert ich muss ja auch leveln obwohl ich das eigentlich in agaba level müsste aber naja ein bisschen fort hängt davor level ist auch nicht so schlimm nix gewurten ja 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 von da komme ich da hin okay ich weiß jetzt schon was für ein gegner das ist ich habe mich gehört ich dachte jetzt kommen diese riesen missgestalt diese riesenwurm meine ich nein ich hatte echt mal glück mit dem abschlusskommando wo ist der gegner da bist du geschafft rüber jetzt kommt der gegner bestimmt okay ich habe gehört auf den bock auf den habe ich so keine lust jetzt meine nemesis wieder gumbo mein endgegner pur okay damit habe ich das jetzt auch ich glaube ich kann mir schon längst eben in 40 40 noch zehn sekunden zehn prozent setzt sich ein das sind riesen klapper soldaten ich glaube ich hätte es geschafft ja ich hätte es geschafft 100 pro naja sehen wir mal ob ich jetzt alles bekomme ja ich krieg alles denke ich jetzt mal spiel spiel ist klar erledigt ich will das oft ich werde ausgehen die ganzen dinge da holen und dann sehen uns dann habe ich das auch hier dann staunen schraumschlüsse den du wolltest hast du erfolgt darf ich meinen schraumschlüsse wieder in der jahre schließen besten dank blitzermült jetzt haben wir das auch erledigt speichern mal ab dass wir jetzt nur 20 sind nicht jahre alt also level und weltmini damit haben wir das auch wieso fehlt mir da eine rarität verstehst nicht erhaltende belohnungen ach so ja stimmt das muss ich nochmal machen freie sekunden variitäten fehlen mir noch viele okay das mache ich auch noch irgendwann freie sekunden erfüllte aufträge jahre ist ja auch eine auftrag schlampe das ist ja irgendwie bekannt vor aber natürlich ich bin schon gespürst du sagst du dann nach der hause vielleicht ja siehst du nicht dass ich ja bitte fickt euch doch herrlich ins knie ok welchen lotos an nach wo sich dort aber bei dem part fängt er fand ich ja mit dem schneiden in anderen wo alles stumpf zu langsam zu viele gegner auf einmal ausrasten ich weiß wo der backfee ist Irgendwo hier? Hätte ich jetzt gedacht. Also nicht hier. Bada. Ähm. Okay, Stufe 20. Gut, so, die sagen immer noch nicht Level. Aber es ist auch verständlich, dass man Stufe 20 sein kann. Maxime 9 verfehlte Angriffe. Komm, 50. Gut, das ist jetzt sofort mit einem roten Anfang. Fick dich doch. Okay, da ist der Ausgang. Ja. 2000 habe ich schon. Ich trage ihn per Abschlusskommando besiegen. Ach, das mache ich locker. Fange ich in der roten Namen? Ja, okay, gut. Es gibt insgesamt fünf, äh, dieser Bug hier. Na, der war Bedarf ja nie fehlen hier. Die Welt habe ich dann auch. Okay, gehe ich da rein, um Gegner zu töten. Ja, lass mich in Ruhe hier. Ich muss drei Gegner mit Abschlusskommando töten. Ob ich das schaffen, weiß ich es nicht. Okay. So, 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 so. Genau. Jetzt kommt die Attacke. Was für ein Glück ich da habe. Was für ein Glück ich da habe, Leute. Ach ja, das... Wenn man diese Spitzattacken mal, das steigert ja den Erfolg. Ach, komm. Okay, komm, das schaffe ich noch. Hallo? Spielverarsch mich doch nicht, Mann. Wo ist der Ausgang? So, da bist du. Okay. Ein Gegner habe ich... Ich habe doch gerade diesen Gegner mit Abschlusskommando besiegt. Was wollt ihr noch? Na, was für eine Attacke habe ich dann sonst eingemacht? Nichts. Ah, dieses Spiel. Und dann muss ich die Apostellevel nochmal öfters machen. Und im Abschlusskommandos... Um die ganzen Libro nicht zu holen. ich kann nicht keine gar nichts machen wenn ich jetzt überlege stimmt eigentlich da kann man gar nichts machen okay ich habe das nicht geschafft egal muss ich ein paar level noch mal machen ich schaffe es nicht mehr hat mich irgendwie verarschen das war ein abstoß kommando oder ich habe die aufgabe nicht mal richtig gelesen dann auch möglich sein so und jetzt kommt der gegner was habe ich gesagt durch eine missgestalt so nicht wo ist der ausgang das war knapp oder hat er mich getroffen nächste ebene die fünfte sekunden ok ich kann nicht ein weich das ist das ist der Okay, von euch gibt es 30 von euch. Okay, es wird langatmig. Aber wenn ich das mache, höre ich eiskalt Musik. Natürlich mein Leben. Ich weiß sowieso, dass ich ein paar Level nochmal machen muss. Fickt euch doch ins Knie, ihr Brustlade. Letzte von euch. Aufs Gern! Und sehen wir mal, was ich jetzt alles bekomme. Und wie ich insgesamt jetzt habe. Hm. Halbmond Glasfiole. Für den Auftrag. Spiel, Spiel, Spiel. Ich muss so viel machen. Aber nur... Für euch hier. Ich glaube auch nicht, dass sich einer bisher irgendwie alles gezeigt hat. Und hast du so Volk? Ja. Malas, gut. Und hast du noch einen Auftrag für mich? Äh, ja. Ich habe eine rote Rose verloren. Ja, kannst du. Was ist denn ein Baller? Was ist das denn? Was ich da bekommen habe? Blickamulett. Bodenhaftung findet, das geht natürlich in die Luftschleudern. Achso, okay. Geht klar. Warum nicht? Speichern. Ach, ich muss so viel gleich machen. Ich glaube, ich mache es doch gleich. Nachdem ich ein bisschen animes geguckt habe. Welt-Mini. Freizeit-Kunden. System-Kunde gibt es ja keine erfüllte Aufträge. Was meinen Sie dann mit der Seite 2? Achso. Weltenpunkte. Weltenpunkte. Was man bekommen hat, oder was? Okay, da will ich mal sehen. Achso, es gibt ja mehrere Sektoren. Okay, geht klar. Also, das nächste Mal sehen wir uns in Agrabah oder hier. Warte, ich gucke mal, ob ich das jetzt wirklich machen könnte. Mit dem Sektor. Wollte ich das jetzt machen? Achso, ich gucke mal, ob ich das jetzt machen könnte. Ja, aber ich will das jetzt machen. Ja, aber ich will das jetzt machen. Ach, anscheinend geht's nicht. Welt-Mini, also, wir sehen uns das nächste Mal in Agrabah. Und ja, tschüss.